Der Valentinstag hat in Europa eine lange Tradition. Er ist heute als der Tag der Liebenden bekannt, an dem sich Paare Geschenke wie Blumen und Schokolade machen oder ein romantisches Abendessen veranstalten. Der Valentinstag bietet eine Gelegenheit, Liebe und Zuneigung auszudrücken, sei es durch traditionelle Bräuche oder individuelle Gesten der Fürsorge. Der Brauch, den Valentinstag zu feiern, geht auf das Christentum zurück und ist mit der Legende des heiligen Valentin von Rom verbunden, der im dritten Jahrhundert nach Christus lebte. Valentin soll Liebespaare trotz des Verbots getraut haben. Der Valentinstag wurde später im fünften Jahrhundert zum Gedenken an den heiligen Valentin festgelegt und entwickelte sich im Laufe der Zeit zum Valentinstag, so wie wir ihn heute kennen. Wir wünschen euch allen eine schöne Valentinswoche und vor allem einen wundervollen Valentinstag am 14. Februar.